Jo, nur kurzes Ankündigungsvideo und zwar werde ich jetzt später wahrscheinlich zum ersten Mal live auf Twitch sein, ohne kurzes Ankündigungsvideo. Einfach nur kurz mal gesagt, einfach mal den ersten Link in der Beschreibung auschecken, mal reinfollowen, dann werde ich nachher nochmal zum ersten Mal vielleicht live sein. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst, wann ich dann ungefähr live bin. Morgen werde ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger streamen, gegen Mittag und ja, dann werde ich auch wahrscheinlich noch ein Video dazu raus sein an die Tage. Und heute geht quasi dann dieses, ja, Road to 30 Tage live sein los mit einer Analytik nachher zum Ende des Jahres und ja, könnt ihr gerne, wie gesagt, gerne mal ein Follower lassen jetzt und auch gerne auf dem Kanal hier nochmal ein Abo da lassen und das soll es soweit gewesen sein, dann wieder schauen und reingauen und wir sehen uns später auf Twitch.